So, hier ist es Ronde. Herzlich Willkommen wieder von Michael und Freunde. Heute ist ja die Frauen-WM für Deutschland natürlich gestartet und jetzt kommt was Kurioses im ZDF-Sportstudio. Katrin Lehmann hat mal das Tor mal nachgemacht von Pop. Ich bin wirklich gespannt. Wir schauen jetzt mal kurz rein. Bis gleich. Also komischerweise wurde sie so hoch katapultiert und dann fliegt sie gerade. Also sie fliegt so um... Okay, 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 mit Einsatz hier. Ganz ehrlich, lasst Liebe sprechen. Sensationell nachgemacht. Ich finde das gut. Ich finde es auch geil, dass wir 6-0 gewonnen haben. So macht die WM richtig, richtig Spaß. Also diesen Kanal hätte ich auch nicht drauf betätigen, dass du natürlich alle Infos natürlich auch zu der Frauen-WM bekommst. Bis dahin. Das Gute.